So, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Drei Stück sind im Kühlschrank. Können wir irgendwas an Waffen zusammenbauen? So sagen, danke für den Follow. Schon wieder... Ich hab schon wieder einen Kaktus erwischt, das ist unglaublich. Hier ist auch noch mal Öl, ich hab noch mal Öl gefunden, dreimal. So, der erste Reinforced Club liegt schon in der Kiste? Jo. Ich geh direkt ab und ich geh dann wieder auf Confrontation. Confrontation? Das ist gut. So, ich warte noch auf die zwei Clubs, die halt durch sind, dann geh ich in Richtung Händler. Das heißt, ich komm dann danach zur Confrontation? Wenn du möchtest, ich schmeiß dir hier mal einen komischen Mining-Kell mit rein, kannst du verkaufen. Wenn ihn kein anderer will. Ich hab jetzt auch noch einen gefunden. Ja, klar, nehm ich da mit. Den Kühlschrank, bitteschön. Perfekt. Und es gab was noch mal, einen Euro. Einfach nur, um gegen den Bot zu sein. Größer als drei, größer als drei, größer als drei, kleiner als drei. Flipp. Äh, braucht jetzt noch irgendjemand noch einen Club? Ähm, ja, es wär vielleicht schön, ja. Ich hab jetzt noch zwei, hab ich jetzt hier noch in der Kiste. Im, im Kühlschrank. Achso, okay. Müsste dann, müsste dann alles sein, ne? 25 Euro, Hans. Ähm, hast du da einen. Okay. Ich geh los. Macht's gut. So, ich such doch kurz hier die Lokas noch, vielleicht ist ein wertvolles an klarer Motten mit dabei. Äh, ich bin, ich bin jetzt voll, also. Achso, okay. So wie sonst auch immer. Ja, 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 ja. So. Wir haben einen Topf wieder, wir haben wieder einen Topf. Wir können Wasser produzieren. Hätte ich jetzt auch euch schon geben können. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen, aber braucht man das? Braucht man das? Ja. Und hier draußen, hier gibt's Jucca. Ja. Die kann man zur Not essen und trinken. Essen und trinken. Essen und trinken gleichzeitig. Halt nur nicht gleichzeitig, das ist das Problem an der Geschichte. Ja, das stimmt. So, Klo ist schon mal durchgescheckert. Ja, da war auch noch hauptenweise Murkywater drin. So, äh, du kommst von Tassian. Okay, ich bin auf dem Weg in Richtung Osten. Östen. Östen. Im Östen. Östen hier die Selle. Ganz kurz mal gucken, was ich auf keinen Fall verlieren darf. Ich hab hier so ne, 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 eine sehr schlanke Frau. Boah, ist das. Richtung Osten, okay. Ah, ich mach noch ein bisschen Jucca. Ist alles nix. Genau, ne mit. Alles Jucca. Kann nicht scharen. Alles für die schlanke Linie. Schlanke Bär? Linie! Was ist das denn? Muss man die kennen? Ja, du kennst die Frau Linie. Der kennt die Frau Linie nicht, ne. Tja. Ach Gott, der schenkt mir gleich wieder so ihren ein, dass er gleich wieder auf dem Boden liegt hier. Pflanzenfaser nehm ich nochmal mit. Ich glaube, die brauch ich nämlich. So. Joho. Keiner sterben, Schröppi. Wo hat der mich denn bitte gerade getroffen? Habe ich dein Ernst? Flump. Wer hat geflumped? Paulus. Vielen Dank für deinen Follower. Ich bin nicht alles voller Säckchen hier auf dem Weg. Zu geil. Die könnten von mir sein. Korrekt. Hier vorne diese komischen Hirten hier, die haben immer ganz... Hier vorne ist noch ein Nest mit Federn wahrscheinlich. Ich habe schon so viele Federn dabei. Kann doch gerne mit. Ja, Auftrag erkannt, ne. Tadaa. Seid ihr alle jetzt rausgelaufen, oder? Geh mal weg. Ja. Jo. Kann ich mal eben, kann ich mal eben, kann ich. Ich habe keine Fehler mehr. Keine Fehler oder keine Pfeile? Äh, sowohl als auch. Achso. Doof. Warte, ich muss mal eben. So. Oh Gott. Musst du bitte übernehmen, sonst... Na komm. Wie das? Ja, ich muss ihn nur kurz einmal. Wenn er auf dem Boden liegt, würde ich ihn auch finishen. Von links kommt noch einer. Mach den, ich mach den anderen jetzt. Dombly Cowboy habe ich. Hat noch ein Wasser, ein paar Cowboy Boots dabei, wenn du Bock hast. Ah, da ist noch ein Krischer. Ah, der kriegt auf der Mütze. Cowboy Hütten, boah. Wollte aber nicht. Ich sowieso nicht. Oh, ich habe schon gesehen. Äh, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Kann ich noch was an Pfeile? Wahrscheinlich. Oh, ich gehe weiter. Das ist eben der Vorteil, dass wir eben keine feste Basis haben. Ja. Mere oder weniger. Kann ich irgendwie super... Hast du jetzt noch Pfeile für mich? Also fertige Pfeile? Klar. Na gut, warte mal. Gib dir mal die Hälfte von meinen Eisenpfeilen. Zack. Nur eine Sorte bitte. Für mehr habe ich glaube ich gerade keinen wirklichen Inventarsatz. Hast du jetzt aufgenommen, die 38? Hab ich gemacht. 37 Stück, ja. Alles klar. Mehr habe ich auch. Na gut, ich habe noch die billigen, aber da sind nur 6 Stück. Oh, hier ist noch Flashlight drin und Pistoleglow. Vielleicht könntest du das noch mitnehmen. Du kommst wahrscheinlich dann mit zum Händler, würde ich jetzt gerade mal so denken. Jo. Warte mal, müssen wir hier gelangen. Und noch was zu essen? Und noch was zu trinken? Also nochmal 18, 18 hinterher. So bin dann nochmal dabei. Da sagt der Boot kleiner als 3. Das hier ist keine Spielerei. Na Boot, was kommt? Kleiner als 3D. Airstream ist ja noch nicht vorbei. Das findet der Boot kleiner als 3D. Per Sekunden spenden ist für alle frei. Es ist für Kinder kleiner als 3. Teaser-Bot, ey. Wirklich, das ist unfassbar. Äh, Ellie, ich weiß, der Killer kann nix. Ich hoffe, Andy weiß, dass wir hier DVD spielen. Äh, ne, Quatsch. Seven Days. Ja, so wie sich das bei mir gerade im Streamer hört, nicht. Okay. Mario, brauchst du noch einen Painkiller? Weil du warst ja auch relativ... Oh, ein Wolf! Nein, Wolf! Nein! Oh, ich fang jetzt mal langsam anzuloben, ne? Hier ist eine Maräte. Äh, ein gutes Messer, meine ich. Nur mal so, seit über 30 Jahren... Ich komme mal zu dir. Widerspiel-Diskussionen überdauert friedlich mit dem Hoop. Wolf in coming! Wolf in coming! Oh Gott. Oh Gott. Da ist er. Kleiner als drei. Ha, Mist. Ich glaube, der hat sich da am Ding da festgehangen. Lass uns weiter. Ich habe jetzt gerade schon einen Schuss versaut. Oh Gott. Okay. Mann. Bisschen Geld habe ich... Trepperin. Trepperin, Tossi hier. Ich habe so wenig Leben, 26. Das ist... Ich habe 13. Okay. Kyrill Black. Dankeschön für deinen Verlust. Dankeschön. Ein Blood Rocket. Das Spiel hat auch Humor, ey. Weißt du? Kein Blut einstecken, aber mir ein Blood Rocket geben. Gib mir eine Pistole. Ja. Pissspiel. Entschuldigung. Du kriegst gleich von mir, wenn wir beim Händler sind, noch ein bisschen Geld. Ich habe noch etwas gefunden, aber auch nicht allzu viel. Das ist gut. Das ist gut. Geld ist immer... 5, 6. 5, 6. Reicht. Vielleicht sind es genau die, die uns nachher fehlen. Na, stimmt. Da können wir uns auch sehen. Augen offen halten. Hier unten sind noch so ein paar Baumstümpfe. Jetzt kurz noch mal rin luschern. Ihre Gläser. Oh, hier ist ein Pain-Killer drin, aber du hast weniger Leben. Nimm du mal den hier aus dem Baumstumpf. Kannst du sonst bald? Ich habe noch zwei. Dann nimm doch mal. Nimm doch mal. Nimm doch mal. Hier hast du noch zwei Wasser, wenn das das Problem sein sollte. Ein Baumstumpf. So. Dankeschön. Sehr gerne. Wo stehst du denn du gerade? Laufen, 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 laufen. Wir laufen heute zum Händler. Viel mehr werden wir heute auch nicht tun. So. Hallo. Danach wird richtig eskaliert. Ja. Wir brauchen noch was zum Eskalieren. Ja, ist richtig. Wir werden schon noch was finden. Kauf eine Minigun. Ähm, Zombie-Feuer? Achso. Ja. Die Eisenpfeile machen natürlich ganz gut, ganz gut kaputt, ne? Nur noch eine auf dem Dach auf jeden Fall. Warte mal, wird hier trunken? Okay. Wir gehen weiter hier. Nicht lange sich hier aufhalten mit irgendwelchen kleinen Hühnern. Die haben die Brücke kaputt geschlagen. Die Schweine! Also wir wollen Brücken bauen und die wollen Brücken abbrechen. Weißt du? Da sieht man doch gleich wieder hier, wer hier die Zerstörung ist und wer hier für's Gute kämpft. Ja? Ja. Ich finde, dass wir für's Gute kämpfen. Ist das meine Meinung? Na, na, na. Na? Na? Alles wird gut. Nö, nö, schon gut. Nö, 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 nö. Noch mal was zu essen. So willst du den Händler am Osten, ne? Richtig, ja. Ja, richtig, genau. Exakt. Okay. Würdest du einfach querfell durchlaufen oder hast du damit größere Probleme? Nö, ich guck mal gerade. Trotz kleiner als drei bin ich noch dabei. Dass ich kein 7 Days Fan bin, ist richtig. Doch ist mir die Cess Events wichtig. Drum bleibt's dabei. Mit kleiner als drei bin ich noch dabei. Herz. Oh Gott, oh Gott. Wirklich ein Grund, mir diesen Bot niemals zu installieren. Weil die sind ständig... Danke für den Stern für 25 Euro. Hammer cool. Echt. Bei 6,3 sind wir jetzt, ne? Ja. Hammer. Sau geil, echt. Echt. Unfassbar. Unfassbar gut. Hätte ich nicht gedacht. Ne, ich auch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Bin ich denn eigentlich mit... Bist du über den, ähm, den Zimmer gelaufen, über den Bash? Ich bin auf dem Berg quasi, ja? Äh. Okay. Dann quäle ich mich da mal hoch hier als alter Mann hier. Muss der nicht. Muss der nicht. Muss der nicht. Doch, will nicht. Ich will ja mithalten können. Kann ich noch Federn einsammeln? Ne, kann ich nicht. Muss irgendwas wegschmeißen. Schmeiß ich ihn weg? Fuck. Also ich sag mal, so 200 Federn kann ich auch noch mitnehmen. Dann bin ich aber... Also einen Shotgunschuss. Einen Shotgunschuss. Kriegen wir einen Shotgunschuss? Einen Shotgunschuss kommen wir nicht. Wir anfangen, wa? Dann nehmen wir 5 Federn. 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 Auch nicht. Gut. Ich hab den jetzt weggehauen. Jetzt dafür lieber noch ein paar Federn mitgenommen. Ja. Besser ist das. Na, Federn, Federn ist der Engpass. Unfach schön von hier oben. Du hast ja noch die Eisenspitzen. Ähm. Ähm. Ne, die hab ich alle jetzt verbauen. Ne, gut, okay. Dann stecken wir den Rest halt wieder in ganz normale Steinpfeile. Ist ja kein Problem. Bin ich auch gerade vorbei. Mit 150 Echsen ist das kein Problem. Aus der Schmiede von Malosch rüber. Kein Problem. Sehr gerne. Ist richtig. So. Tastenkombinationstextschleudern. Klatt. Ja, bei mir sind gerade wieder riesengroße Wörter im Chat. Äh. Im Chat. Das heißt, es wird bei meinem Chat. Du bringst die sowieso noch oben. Achso. Alles gut. Ein selbsttätiger in Lüfte. In Fachkreisen auch Snüffelstücke. Genau. Alter Schwede. Was ist denn los? Jetzt hinterm Stein und der Pfeil trifft dann immer noch. Und du hast schon wieder schön PvP-Action? Ja, ich bin schon wieder im... Rage-Modus. Im Pfeil des Land. Ach, Quatsch. Im Rage-Modus nicht. Ja, im Pfeil des Gebiet. Ja. Oh, Alter. Nun. Mach voll ohne Scheiß. Shotgun-Parts. Nochmal Shotgun-Parts. Wie viel sind die wert? 36. Ja. Okay. Was haben wir hier? Draufgescheißt. Echt mal. Ja, ist klar. Warum müssen die jetzt die gleiche Idee haben wie ich die, Deppeli? Was denn? Das Krankenhaus zu looten. Ah. Krankenhaus. Ach. In Deppesgain selbst, ja? Ja, in Dearsville. Ach, stimmt, ja. Sorry. Sollen die kommen? Ach, ich hab heute noch 8 Hälfte. Der Händler ist ja in der Nähe. Also von der her, wenn wir da waren, wird da ein kurzer Schlaf sein. Sack, ihr setzt. Vorne läuft ne Sau. Ja. Ne Sau? Essenmäßig nicht uninteressant. Kann halt nur geben Platz. Ist das mein Problem? Jetzt schauen, jetzt schauen. CPL wieder dabei, natürlich. Der Sprachcomputer plappert, bis er doch nur noch Blödsinn labert. Drum wünsche ich euch noch viel SP. Geh. Ass und frage mich, was reimen Aldo und der Skarafas. Kleiner als 3, für euch ist ein Herz für mich. So. Ich will nur Fleisch haben. Ne, kein Leder. Da hins. Okay. Ich geh schon mal Richtung Händler. Mhm. Wie gesagt, das nächste Chartmeat ist bestellt. Quasi. Das ist gut. Ja. Jetzt machen wir Fleisch. Das sind noch dabei. Essen muss sein. Chartmeat habe ich auch noch dabei. Also falls wir... Noch näher das da, ey. Geil zu ficken. Will alles zu ficken. Kohle bringen. Kein Platz. Verdammt. Alter, ich brauche was zum Mopfen. Ich habe den Händler komplett aus dem Blick verloren. Äh, okay. Brech mir hier noch die Beine. Das sehe ich schon kommen. Mhm. Das ist mir auch gerade fast passiert, ja. Etwas langsamer laufen. Kann ich gut enden. Oh, was haben wir da hin? Ein Militärcamp? Das ist diesmal wirklich ein Militärcamp, glaube ich. Ah, ja. Sicher. Richtung Norden. Hier war auch noch keiner bei dem Haus hier. Ja, wir haben eh keinen Platz zum... Instant Hypotherm hier. Ja. Sieh mal kurz den Ledermantel an. Wenn ich schon die ganze Zeit einstecken habe. Den ich nachher verkaufen möchte. Dann kann er mich wenigstens kurz noch wärmen. Mensch, Röli. Hör einschalten. Wie sieht's aus? Meine Liege steckt dann immer voll in. So, ich muss erstmal gucken, wo das Militärcamp ist hier. In der Richtung. Ach, da ist da noch... Da ist da noch ein anderer Händler. War der Händler im Schneewald? Ich bin der Meinung, dass ich da vorne auf der Ebene auch noch einen gesehen habe. Möglich. Oh, ist... Ja, ist Händler jetzt PvP-freie Zone? Ja oder nein? Hier ist ein fertiger Compound-Bow noch drin. Aber in der schlechten Quali. Einschaltungszeichen. Der kleine als drei Schlumpf hat es bereits berichtet. So toll hat er gedichtet. Größer als dritte. Der kleine als eins Bord. Größer als eins soll es mal. Mit E-Rüsi-Pilotrix. Wusio-Partierer versuchen. Weil Kai zum Schluss der Runde. So tue ich Kunde auf Ju. UB ist noch was von mir für hier. Kleiner als drei Einschaltungszeichen. Hä? Wann verkauft er denn nicht? Warte mal. Ich kann irgendwie über die Shortcuts nicht mehr verkaufen. Okay. Jetzt geht's wieder. Alles klar. Schusshaft. Tag, Porst. Tag, Porst. Pixel, wo stehst du? Wo bist du? Ich stehe an der Außenwand an einem Fenster. Okay. So. So. Der hat voll die Pickel. Tatsächlich was ansteckendes. Ja, bestimmt. So. Spread Press verkaufen wir auch noch mit. Das kann weg. So. Müssen wir was trinken. Was hast du denn für mich? Ähm. Äh. Bist du da unten, Max? Ja. Ich laufe quasi auf der Außenwand rum. Ja, weiß ich. Ich seh dich von da oben. 7.62 Munition hat er. Na super. Aber richtig. 7.62 an sich. Wollen wir was zu essen? Nee, ich hab ja gleich noch das Fleisch hier einstecken. Oh, jetzt geht's los. 9 Millimeter. Er hat eine Pistole, eine 200 dafür. 6.000. Fuck. Ja, wir haben nur 2.4. Ihr seid alle so krass kleiner als 3, kleiner als 3. Nice. Wir könnten uns eine Machete fast kaufen. Aber bringt uns dann, bringt uns leider nicht. Ich glaub nicht, ne. So ein bisschen Stoff. Fuck. Da oben stehst du. So prall ist das nicht, ne. Du stehst nach dem Fenster, oder? Ich hab hier noch einen Compound-Bogen für 1.3, okay. 85er-Qualität Compound-Bogen brauchen wir nicht, ne? Ne. Unsere Bögen machen mehr Damage. Nummer 3. 3. 4. Ich hab hier auch noch ein bisschen was zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel du noch brauchst. Ich hab hier auch noch ein bisschen was zu verkaufen. Wir brauchen 6.6. Wir bräuchten 6.6. Ja. So viel werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr zusammen klauen können, ne? Wahrscheinlich nicht. Gucken, was ich verkaufen kann. Ich hab hier auch noch was zu verkaufen. Ich hab hier auch noch was. 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 Ey, ne. Also, ich muss gleich noch mal gucken, ob ich... Wenn ich nicht... Die Mododorf-Cocktails war die? Ne, 100. Das, wenn ich alle verkaufe, komm ich nicht auf den Wert, wo wir hin müssen. Also, ich hab jetzt 103. Das ist nichts. Also... Hunting Rifle-Schematics hat der ja... Hat der ja auch nicht, he? Leider. Oder ich hab mich verguckt. Ja, mit 8-11 kann man eh nicht mehr viel machen. Frankisch. Ne. Nehmen wir hier noch ein bisschen was an Munition mit. So viel wie ich kann. Ja, mach das mal. Ich werd hier ja mal ein paar Sachen wegschmeißen, die ich eh nicht mehr brauch. So, das können wir da hinpacken. Das ist da hin. Luca, das packen wir da hin. So, haben wir noch 10 Stück. Okay. Na dann. Geht's jetzt hart in Richtung Aktion? Es ist hart in Richtung Campfire. Haben wir hier ein Campfire? Und hier irgendwo. Dann ist eine Werkbank, aber... Kein Campfire. Natürlich. Hm. Gehen wir dann nicht irgendwie schnell aus dem... aus dem Gebiet raus? Meinst du nicht, dass wir das noch schaffen? Obwohl, warte mal dann... Können wir hier eins setzen? Warte mal, dann lass uns doch hier ganz kurz mal... Zusammen mit meinem Mann für die Zukunft... Für die Zukunft wird Kinder kleiner als drei. Echt mal. Zukunft für die Kinder. So muss es sein heute. Vielen, vielen Dank. Super cool. Dankeschön. Ich bin gleich down, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Im Brunnen? Hast du da schon mal drin? Nee. Ach, ich kann hier nichts setzen. Okay, alles klar. Ich geh dann mal rein im Brunnen, ich muss dann mal sehen, was da drin ist. Na, mach mal. Oh, cool. Nicht, dass hier irgendwas drin wäre, aber es sieht trotzdem cool aus. Das ist schon mal gut. Oh, was haben wir hier? Du hast bitte keinen Spaß, Elena. Ja, ja, das glaub ich dir. Chemical Station ist noch hier unten. Und... Danke, Halbschiene. Nichts. Ich hab noch einen im Duster für dich, wenn du möchtest. Ja, kommen wir gleich. Moment. Aber das ist natürlich gesperrt, das war ja klar. Das war ja klar. Also wir in die andere Richtung machen. Na komm ich gleich wieder aus dem Brunnen raus. Entsteige dem Brunnen. Wie viel Essen hast du? Naja. Ich hab noch zwei ungekochtes Fleisch. Okay. Wenn du jetzt bei 51 essen insgesamt, dann holst du hier das eine Ferti hier und dann dein eigenes noch ein. Dann hol ich kurz noch ein bisschen Stein. Ach ja. So. Und dann Attacke Hü auf die feindliche Basis. Ja. Minimum drei sind im Krankenhaus. Minimum. Minimum drei? Oh. Sind natürlich aber auch schnell wieder zurück an der Base. Ja. Und die haben natürlich alle schön ausgerüstet mit Schusswaffen. Die zwei haben mich bekämpft mit... Quatsch eine mit Bogen, eine mit Schusswaffe. Ja. Ja. Scheiße. Shitkram. Was sagt der Franke? Ah passt schon. Ha. Der Franke. Ah passt schon. Ah passt schon. Oh. Was brauche ich denn noch? Ah Steine. Ah ich klop mal mit rein. Huch. Das warste schon. Ist ja noch irgendwo ein Ressourcenstein da hinten noch. Ne. Komm lass uns mal in Richtung... Warte mal. Jetzt müssen wir... Wir schleichen uns mal hier... Kriegst du dich sonst grad an? Ja. In Richtung von denen. Ja ok. Komm. Querfeld durch. Querfeld durch. Brauchst du jetzt noch einen Duster? Ist dir kalt? Kannst du mir gerne geben. Da oben ist gelockt. Ja? Bist du bei mir? Ich bin hinter dir ja. Ja. Komme ich jetzt langsam auch zu euch. Achtung. Mario weg. Ja bin auch weg. Bin auch weg. Du aber auch? Ja. Gut gut. Hätte mich nur dazwischen geworfen, dass er mich tötet. Ich mach's gar nicht. Ist aber nett von dir. Ja so bin ich. So bin ich. Ja so bist du. Zum Militärlager würden wir nicht mehr. Wenn das definitiv eins ist, dann lass uns das nochmal machen. Dann hast du vielleicht auch noch eine Pistole oder irgendwas. Wo ist denn das? Ja ja. Das ist... Warte mal. Hä? Was? Wo ist das denn hin? Ähm. Ja wie weit weg ist das? Das ist... Ja 0,4. 400 Meter? Kann das sein? Ja 400 Meter. Okay. Das müssen 400 Meter sein. Sonst geh ich da auch allein hin. Das ist ja auch kein Thema. Also sonst komm her. Dann lass uns da zusammen hin. Bin ich ja gut. Dann klären wir das. Ist ja kein Problem. Ich würd mir nur ganz kurz hier vorne ganz schnell mal einen Schlafsack machen. Ah ja. Gute Idee. Komm mit zurück. Hast du gehört Kitz? Hä? Ist jetzt aber mein Geld beim Winter. Ja einer kommt grad zurück. Oh ja ich sehs. Wo muss ich hin da? Siehst du auf dich oder auf mich? Weiß ich noch nicht genau. Auf mich. Hauptsache ihr lasst euch nicht treffen. Alles andere ist zweitens. Macht ihr sehr gut Jungs. Schön stören. Mega gut. Äh ich werd aus zwei Richtungen beschossen. Äh. Du hast auf mich grad geschossen. Oder schon willst du hin? Ja. Wo willst du hin? Ich würd zum Militärcamp. Achso ok. Das sieht doch bei mir so anders aus. Eigens ist es grob geschätzt weil ich natürlich nicht hundertprozentig das auf der Karte hatte. Aber da finden wir schon im Gehen. Oder ich. Na klar. Wenn du das sagst. Hey. Hast du die in eine Batgirl gesetzt? Ist das nur noch 246 Kilometer steht auch hier. 246 Kilometer wird's ja mich verarschen. Ja Milly. Alle Pfeile in den Gürtel und Schlafsack erneuern. Jawohl. Alle Pfeile in den Gürtel. Hab ich. Der Hinweis. Ja ich nicht. Ich hab ja Metallpfeile und Steinpfeile wieder. Oh. Hab ich auch. Hä wo sind das Pfeile? Achso. So. Eigentlich soll es hier irgendwo sein. Munition alles komplett im. Da wo es hingehört. Guck mal da sind wir. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Vorsicht vor Minen. Diesmal ist es wirklich ein Militärcamp. Ich weiß nicht nur nicht wie nah wir ran können. Ist was passiert? Ja ich will. Ich will öfter meinen Pfeile in den Pfeile. Nein. Aber wie kann man einfach so? Wo ist? Oh. Finde. Boah. Bin drin. Oh. Der Zombie auch. ich glaube die wissen nicht von wo ich schlage wenn ihr tot warten denkt dran an und ausziehen die ich stehe gerade bei denen okay jetzt haben sie mich entdeckt hast du dir irgendeine mine zum explodieren gebracht nehmen einfach so durch zärtlich ob man das überlegt einmal kurz eingenässt ich muss noch kurz auf klo das ist natürlich auch die scheiß militär der war locker drin kaputt au fünf nägel super naja auf diese fünf nägel wird es nicht ankommen leere gläser juckers sieht alter wollte mich verarschen der loot ist so beschissen ja hier ist wirklich nix auch außenrum ist nix ganz kurz mal gucken was können wir noch machen an mollis sechs stück öl ist engpass ok öl habe ich dreimal öl habe ich noch würde ich dann nachher nehmen dann schmeiße ich teilen wir gleich mal die die mollis dann kriegen die gleich mal ein bisschen spaß die kollegen da hinten 10 euro vom horsepader dankeschön weil ist zwar nicht gut aber hat den ersten kill den ersten kill quasi gemacht heute ich habe noch gar keinen kill gemacht heute alles ist egal eine kartoffel super ja mega geil hier ist auch nix drin immer so fassen und dann spawnt hier gleich irgendwo wieder einer ja richtig ich habe einen bauplan für die kettensäge naja ach ja stimmt hier waren ja die komischen spikes hier ist auch nix drin nee ne gar nicht scheiße diese fünf nägel könnte man sie bauen genau jetzt noch eine nägelgang ja mein lieber chat so sieht es aus dass nicht gerade die beste runde definitiv ist also der loot ist mehr als bescheiden für uns jetzt zumindest ja anscheinend ja doch ein bisschen mehr glück gehabt zu haben und nachher höchst du wahrscheinlich davon sagt jo ich habe in den ersten 100 metern habe ich schon drei neun millimetern und noch eine shotgun immer ganz ehrlich ich habe 80 zombies umgebracht 80 das ist doch noch nicht heute ich kann noch nicht machen nein 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 nicht spikes wie spikes 1.400 voll kommst du klar wir müssen jetzt hier irgendwie wieder rauskommen das ist ja auch klar ich wollte mal ganz kurz hier oben eigentlich mal gucken gehen da war ich gerade eben drauf ach so und nicht mehr ausgehen dann ich habe keine star wieder mehr wenn ich hier raus gehe tötet mich die bine hier vorne warte mal ich muss die zum explodieren bringen ja warte mal dann gehe ich lieber einen schritt weg ich wurde geschaufelt ich wurde geschaufelt sagte treffe ich die mine nicht oder was doch hast du abschluss jetzt aufpassen auch wenn man die mitnehmen könnte das wäre so schön okay tja das waren noch zeiten damals so wir können ja ich habe ein waypoint mal ganz kurz mal gesetzt wir müssen hier lang richtung ich folge dir einfach erstmal zu den jungs zu den jungs zu den jungs 18 uhr 18 uhr eigentlich können wir uns gleich nochmal auf jeden fall irgendwo wo es jetzt nicht irgendwie kalt ist das ist eine übernachtungsmöglichkeit dann gleich nochmal suchen wünschenswert ja wäre wünschenswert das sehe ich auch so hypothermia 1 ja das stört mich auch nicht mehr ich bin infiziert und überhaupt und generell und und ditte und datte und ja das ist egal wie ich sterbe ach komm jetzt mal nicht so negativ hier die werden noch ein paar mal sterben so siehst du aus aus ja oder nicht ja doch 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 natürlich klar siehste auf jeden fall das ist ein trinken trallapups ey schröbi fielts mal wieder an an allem ja mir auch haha sehr gut weglooten vielleicht hat er irgendetwas vergessen in seinem rucksack verdammt nein mal kauf ich war gerade in position leere glas hat er für mich wie blute halt ne ja die sind natürlich auch nicht blöd ne im campfire war hier auch nichts mehr drin ne was du hier einmal gesetzt hattest glaube ich nicht nein vorsichtshalber noch mal reingucken doch dreimal fleisch ist da noch drin doch echt oh da würde ich aber jetzt auch noch eins nehmen du gerne doch schon weg nur eins wieviel hast du essen äh 4% essen das ist nicht viel äh ja das war 4,3,2,1 und tot nein ich habe aufgehört zu bluten total ist das nicht ja ist egal hauptsache wissen wir was 18 essen das reicht erstmal wieder ja ja hier und dann Wasser ein Wasser hier Wasser schickt mal einen in die Wüste ihr braucht Fässer ja Fränkisch keine schlechte Idee Fässer wär nicht schlecht ja alles wär nicht schlecht wir brauchen alles verliere verliere dankeschön ja hat irgendjemand Lust verbindet sich gleich haut er wieder ab Tami Tazza hat gerade mal den Link zum Spenden an seine Freunde verteilt hammer sehr geil supergut danke dir so soll es sein dankeschön dankeschön oh guck mal hier wird es doch schon wieder schön ich sehe das doch ja genau wo ist mein Engpass ein bisschen ein bisschen Holz ist glaube ich immer nicht so verkehrt ja glaube ich sollte auch nochmal Stein und Holz sammeln dann kann ich nur noch ein paar Feile fertig machen ach die haben auch schon zwei Clubs deine Angst ich gehöre ich weiter auf den Sack 5 Euro für ein Waleluja Waleluja wenn er jetzt zwei Kills gemacht hat ja ok alles klar Ormel dein Trinken ist kleiner als 3 Ormel dein Trinken ist kleiner als 3 so gehts auch so Rezepte Pfeile alle Keksel auf mich zu vielleicht schaffe ich auch nochmal einen Kilo heute so Gott will ich hoffe noch habe ich schon jetzt aufgegeben ich habe nur noch ein Snr das ist alles zum Kotzen hier ja das ist echt fies ach so hier ist diese Camouflage die ganz wo von dir geredet hast die sind aber auch so eine Sandsäcke ja richtig sonst nichts zu finden da ne eine Munitionskiste aber die ist schon endlich Wal hat mit dem Hammer ein Luftloch geschlagen das hat die Gesundheit nicht vertragen you are hungry you are hungry ja ich bin kein Ungar voller schlechte Spiel hier das ist mal pauschal Ungar ich bin schon gar nicht mehr durch wer da wer ist ich brauche sogar nicht mehr schießen knall sie alle ab einfach alle umbringen ja Conchi trifft natürlich wieder in den Punkt Sammi nochmal ab echt Schröber wirklich du triffst das viel nicht verblute ja ist klar der Irsch der hoppelt aber sehr weit ja also los doch der Irsch hoppelt ah scheiße wo bekämpft ihr euch gerade? direkt vor der Basis vor deren Basis? ja jawohl ich war in der Nähe auf den Schlafsack gesetzt also ja dann kann ich immer weiter gib ihm geht wuchs so ich komme auch rüber jetzt muss allmählich die Pfeile aus ok wenn du durch die Stadt rennen ist aber auch nicht so geil oder? bei dir ist will so Hunde und so naja bei dir? warte mal ich muss hier ganz kurz nochmal ein Campfire hinsetzt oder kannst du kurz eins machen? äh ich hab keine Steine ich hab alle aufgebraucht momentan dann müssen wir erst welche kloppen ok ok wir sollten uns zuhause irgendwas finden oder wollen wir uns hier irgendwo in einem Haus verbarrikadieren weil ähm 21 Uhr hm wo sind wir denn gerade? wir gucken da sind wir na gut wir haben rechts die Hütten noch von uns wenn wir hier die Straße weiter gehen kommen wir zu den Hütten da können wir uns vielleicht erstmal wieder verschanzen ja wohnen jetzt fassen jetzt machen Spruch komm klar nö dann nehmen wir uns hier einfach ein Gebäude hoffe ich gleich die erste hier oder eins mit zwei Etagen nö dann machen wir gleich das hier machen sie gerade zu dritt auf mir geht heute gar nichts bei mir ey nicht einmal den Zombie kriege ich klein ey kommen sie raus oder bleiben sie dran äh Holz oh Gott ich hab fast gar kein Holz ey ja warte ich hab glaube ich noch genug Holz für zwei Waren das krieg ich auf jeden Fall noch hin ich bin kurz nochmal draußen ok nicht erschrecken ich pack nur noch ein paar Frames hin mhm mhm guck ich nochmal hinten rein guck ich nochmal hinten rein ist jemand drin? wir sind in wir sind in Dearsville ja? wenn ihr ähm zu uns kommen wollt sonst einmal geh ich jetzt noch rauf und dann keine Stamina mehr ist da jemand drin? zwei Warenches alter unfassbar wir hätten einfach nur nach Dearsville gehen sollen boah Gott sei Dank ich bin im Bauernhof äh bin im Nähe des Bauernhofs oh ne das ist jetzt nicht wahr wir hätten echt hier als erstes hingehen sollen ich hab grad ein Rezept für eine Armbrust gefunden sehr gut weißt du wenn ich auf wen er geschossen hat? weil Vel hat auf ein Teammate geschossen von ihm ach du bist oben ne? ich bin oben ja möchtest du ne Kappa haben die ist hier am Schreibtisch dran ja danke komm dir alles rum aber wie soll ich so wir sind wir sind wir sind in der Stadt Mann jawoll ok Skarakas valsch lieber weil ist das Leben kleiner als eins ist es nicht mehr deins darum kümmere dich stets um deinen Saft sonst verlierst du an Kraft ich habe auch noch nie das Wasser geschlagen sowas würde ich mich nicht wahr gehen kleiner als drei 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 ist richtig den Cooking Pot hast du nicht bei, wa? ne ich hab nichts weiter dabei, ne gar nischt ich hab vielleicht ein bisschen Kohle, ein bisschen Holz, aber dann gibt es ein bisschen Schadmeat auch gut obwohl ich hab noch vier Eier dabei das reicht auch glaub ich nicht, ne? ne wir sind ohne Kochtopf bringt uns das so oder so nix stimmt liegt bald tot unterm Nadelbaum jucken mich die fünf Euro kaum das Ding ist gut kurz auf Kau jo bis gleich auch wenn das ich komme kurz an hier an ja komm her ich denke auch die sind gerade eben schon so ein bisschen Richtung Dearsville gegangen dass die uns jetzt hier suchen werden ok Kräfte sammeln Mann jetzt schon wieder Paranoid mach das nicht seid denn rein vorne hinten? äh vorne gut der Totengräber danke für die tatkräftige Unterstützung ein Valiseeinschein drei kleiner drei kleiner kleiner als 3f4 ha 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 ah wo seid ihr denn Männers? äh oben seid ihr denn da rein gekommen? ah guck 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 mal in die Kiste ob du davon irgendwas gebrauchen kannst guck mal wollen wir mal ein bisschen Licht? achso super ok welche Kiste? äh hier vorne unten auf dem Brunnen mach hier vorne ganz kurz mal eine Hedgechen mit den Knüppel austauschen wenn es nicht stört überhaupt nicht so der Code ist wie immer jo schlägt der Arsch auf Falten wir bleiben doch die Alten genau danke Pity so ist noch ein Penkeller drin kann sich noch jemand zurecht schmatzen oh ich hab grad wieder Vollhilfe so ach wir sind zu dritt sehr schön so wer hat eine gute Geschichte auf Lager also ich weiß wer gleich sterben wird hey hey die anderen komm wir machen nochmal ein schönes Foto zusammen hier Mario stellt sich mal neben Odin Mario stellt sich mal neben Odin oh Gott ich will Feuer rennen so ja schick ein bisschen zur Seite ist er wunderbar Dankeschön genau die ungeladene Waffe ist geladen ist geladen okay also 100 Schuss wow was jahrelang drauf hingespart ja wie gesagt Hunting Rifle Schematics wäre der absolute Knall dann könnte ich hier noch ein paar gute Teile einsetzen Lüppeli die ganze Zeit und die rennen wir hier mit 100 Schuss durch die Gegend tja wohl wahr ist das grünes Wasser gewesen? ja Egeloft Jukka Wasser schönes Gurken Wasser mhm oder Würstchen Wasser mhm jetzt mal theoretisch würden wir hier eine Fortune kriegen? würde uns das was bringen? jetzt die nächste Frage wir bräuchten wir bräuchten erst mal ein Envil der frisst einen Haufen Ressourcen ne nicht wirklich ja Eisen brauchen wir halt vor allem weil alles weg ich könnte dann schon ja gut ich weiß gar nicht was brauche ich für ein Crossbow ich muss mal kurz gucken Brust Kleber Forged Iron das ist aber viel ähm ich pfeife wirklich auf dem letzten Loch stehe da das tun wir auch Scheiße in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht im Saale das sind alle poetisch ok es ist wieder Welt es ist Welt-Time oh das hat sich nicht so war das da los? ne ich ich gar nichts ne ne weil bei Welt hier gerade irgendwas schreibt wahrscheinlich weil Nordisch noch nicht gesichtet wurde heute doch also mich hat ja der Assert gekillt also ich war schon bei denen an der Basis dran also ich hab mich schon gezeigt und Schnitzel hab ich auch gesehen aber der hat mich nicht gesehen weil ich ja wieder auf dem Boden irgendwo rumgeeiert bin ich hab grad auch noch mal was anderen Aussitzungen der Drübchen nochmal der Wall der will die Gegner jagen doch nun sind mehr die Madden am plagen Wellness von 88 ist ihm nun einerlei solange die Gegner bleiben kleiner als drei er ist null hey achso du könntest mir nochmal einen neuen Bogen craften ähm könnt ihr mal den denkst grad mal aufmachen ach ne Moment komm hoch danke neuen Bogen ja ich hab leider keinen keine Plant Fibers mehr warte hab ich alle da Plant Fibers hab ich auch genommen danke Ellie jetzt noch was zum zum wegscrappen das können wir gleich nochmal machen hier liegen Plant Fibers ähm ich hab äh plant Fibers ja ok was willst du denn da rausholen warte mal ich hab hier ne Ranch da könnte ich das Ding lieber auseinanderschrauben da kriegen wir mehr raus oh tu das vielleicht ja gar nicht von mir so weit entfernt so oben liegt äh schanke dünn ach kerne wie gesagt kein Bello wär am Start 673 Eisen wären am Start Wackfix für dein Follow Dankeschön oh und liegt der Bell gleich tot im Keller aber Mario wär schneller haha braucht jemand noch nen Barbed Club hier ist ja da so nen Reinforced Club hast du nen Barbed noch? Eisen war jetzt auch nicht die Wolle naja 51 so ich würde eintauschen gegen den Barb nur wenn er übrig ist also nicht wenn wir nen extra herstellen müssen mal gucken wie ein Heal nut kann man nochmal was drinnen drücken das aber bei Wellness 90 läuft Tja Tja was ist denn los? nichts ich wollte mal Tja sein der hat gearbeitet achso ok ich wollte auch mal was sagen ach so ein bisschen essen hier hast du noch was essen oder was? war zweimal Fleisch war ja noch im Camp achso ach ich hab auch nichts mehr du ich müsste hier vielleicht auf den auf den Jetons noch ein bisschen rumlutschen aber ansonsten ich glaub mehr ist da nicht dran gut 54 trinken 32 essen na gut meine Morgenfrüh wird sowieso eskaliert also von der Warte her Eskalation Hahahaha hier schau mal nach unten checken wir uns alle nochmal ein bisschen mit Tollwut an ja das wärs noch ne bin sowieso infiziert wenn ich mich dann in ein Zombie verwandeln könnte das wär super ja genau oder in so nen Behemoth so wie der schon rein programmiert ist aber noch nicht im Spiel ist also das ist der sieht schon echt fies aus also wenn der eines Tages mal im Spiel ist dann äh achso ähm ruhig auf Max komm mal her ich mach hier unten in den Nightstand mach ich mal für euch beide oh Anton Dankeschön Test warte mal machen wir hier nochmal so mal rein uuuh ach auch ein paar Malönchen es leuchtet es leuchtet es leuchtet es leuchtet es macht das es leuchtet hey ok wie ist hier die Basis ist da Basisfeind ok ah man kann doch überlegen ob man sich hingräbt ne okay hingräbt von wo von uns aus ne 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 einmal unten das Haus untermauert einstürzen lassen ah ist halt das ja Smarkaf ist bei der bei der bei der der Baumfarm dann der Alley gut dann gehe ich ähm bei den Gegnern nordöstlich davon das ist noch so ein kleiner Hügel auf der anderen Flussseite da würde ich mich mit meiner Hunting Rifle mich ganz kurz mal hinlegen und mal gucken ob ich da irgendwas kriege ja aber passt wirklich auch auf die ganzen Hügel auf weil da ringen die auch rum ja Hunting Rifle Schematics wenn das irgendjemand findet oh bitte ganz dringend zu mir werfe ich dir der Brieftaube zu gerne ja mit einer 34er äh geh schon mal raus was soll der Geiz müssen wir hin da lang was soll ihm passieren danke Eddy ja ich glaube ich werde von Psst Nordwesten aus irgendwie mal aus dem verbrannten Mio da wollen wir mal rüber latschen mal gucken aber ich trau mich noch nicht raus oder mhm ach komm da passiert nichts ich schleich mal muss nur kleiner als 3 als der Zombie sein genau und bleibe einfach bis 4 Uhr morgens drinnen sitzen so will ich sterben? nein dunkel was der Mond schien helle als ein Auto blitzes schnelle um die gerade Ecke bog drinnen saße drinnen saße entstehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank es CH Litschur lief einschaltungszeichen der kleine als 1 bord größer als 1 darf enden einschaltungszeichen ok es gab was dankeschön wie lyrisch sehr lyrisch ja wie immer inspirierend ja ich sehe schon 1 2 3 mhm da sind sie wieder ja auf dem Dach auf dem Dach gerade drauf auf dem Dach ach so ich sehe schon ok die meisten Schuss um 9 haha ich werde erstmal noch ein bisschen crouchen hier und dann um 4 geht es los bei kraft du bist dann auch gleich da ja ne ja mach du meine Taschen leer es ist um 4 auf dem Dach